Ich bin wieder da, er hat mich überrascht, kommt hier von der Seite, oh der ist nicht schlecht, ich werde mit der Handgun schießen, jetzt nachladen wir nicht gut, da unten ist noch ein Bär übrigens, den zeige ich euch mal schnell, ich riskiere es jetzt einfach mal, der wäre natürlich auch nicht schlecht, sieht auch ganz gut aus, jetzt geht aber der Elch weiter, was heißt das Handeln? Sack! Der Bär läuft natürlich auch weg. Jo, das war nicht schlecht. Ich melde mich gleich oben, wir gucken was es ist. Lunge Herz, wunderbar, ich melde mich gleich wieder, wenn ich ihn gefunden habe.